okay ja es hat geklappt jetzt auf den server what the fuck du stellst voll im hund drehen alte oh ja geil der sogar der auf meinem kopf sitzt so jetzt habe ich ihn runter geschubst okay breit ja hallo und willkommen zurück zu minecraft im team der letzte folge nicht gesehen hat schaut bei domi vorbei oder in die playlist der letzte folge hat domi mit der monsterfarm angefangen und bei uns sind alle scheiben gesetzt jetzt brauchst du nur noch steil hier nicht hier moment wie viel war das so glaubt zwei ne ne hier auch noch weil da wo du gerade stehst weil da ja schon der steinrand ist ah ja dort habe ich ihn ja schon gesetzt bist du dich sicher? nö aber ich glaube schon 1,2,3 ne hier unten sieht es ganz anders aus ja weil da noch ein balk in der mittel ist aber es war ja nur wegen der treppe so aber hier oben haben wir ja keine treppe deswegen ah ja dann kann ich das so machen stimmt genau ja jetzt brauche ich stein ja haben wir aber nicht ö ö ö ö ach ich bin ein ja ich bin doch kein dollje weil theoretisch könnte ich zum monsterfarm aufzug bauen yo aber solange wir keinen aufzug haben mache ich mit leiter weiter ja stimmt schon ne ja aber ich kann trotzdem was cooles ja ich mache ich mache das was ich denke was ich mache was ein sehr guter satz nehmen wir ja 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 was alles gut weil ich glaube ich mache hier einen kleinen geheimgang haha das war ich aber nur eine kleine spitzhacke also da kann noch eines sein ein der stein Äh, so. Ah fuck, jetzt hast du die Steinspitzen, oder? Ja, aber die kannst du haben, ich brauch die gar nicht. Nein, weisst du nur, dass ich nicht alles mit Reisenspitzen abbaue. Weisst du? Ja. Haben wir noch eine Tür? Rein zufälligerweise? Ja, Tür haben wir, ja. Wo? Eine Holzkiste. Ah, ich geh mit einer Holzkiste. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Das ist jetzt so richtig geheimnisvoll, die steht aber da. Geil. Okay, mache ich das jetzt als ganz Cooles. Ja, Mann. Was? Ich habe einen Splitter. Oh, geil. Aber nur drei, ich glaube ich brauche vier. Scheisse. Oh Gott. Ah, 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 ah. Keine Ahnung, was ich hier für Geräusche mache, aber lass mich bitte. Ja, das frage ich mich jetzt auch, ne? So. Okay, das müsste jetzt eigentlich klappen. Möchtest du mein Versuchskaninchen sein? Rein zufälligerweise. Nein, Delfine! Oh Gott. Oh nein. Warte, ich rette gleich. Oder sterben die? Sterben die? Oh ja, die sterben. Ich habe es gesehen. Oh nein. Oh nein, die wären richtig cool für das Ding gewesen. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Auf das Aquarium. Äh, äh. Was passiert bei mir da unten? Eigentlich nichts. Ja, warte. Wenn du nicht strunzblöd bist. Ja, warte, äh, weil... Ich setze mal da Sachen, die ich nicht brauche, weg, ne? Okay. Ja, weil... Oh, das könntest du ja dann als vor das Intro schmeissen. Aber dann, wenn du stirbst oder nicht, das sehen die nicht. Das schneidest du dann raus. Ja, danke. Und meine ganzen Sachen. Wie kannst du alle da reinschmeissen? Okay. Boah, das ist richtig riskant, Alter. Also, Digga, die ganzen Waffen und so, die sind mir, ne? Ja. Es sollte jetzt eigentlich klappen. Hä? Hä? Ja, es sollte eigentlich wirklich klappen. Muss ich erst durch die Tür da? Nein, nein, warte, warte. Ich komm wieder hoch. Alles gut. Was ist das für eine Tür? Warte, warte. Genau, da gehen wir bitte durch. Ja, genau. Ich warte unten, ja. So. Geh mal bitte durch die Tür durch. Ja, bin ich. Stell dich direkt auf die Falltür. Ja. Und dann machst du die Falltür auf. Du Scheiss. Ja, aber so draufstellen, dass du auch runterfällst. Hä? Bin ich so blöd? Okay. Ja, es hat geklappt! Woo! Ja. Das ist dann der Aufzug nach unten und das ist der Aufzug nach oben. Ja, boah. Alles klar. Ja, aber den baue ich dann noch besser. Nach oben. Wäre dann richtig cool sein, dass du einfach nur noch reinsteigst und dann bist du schon oben. Ja. Wie lange geht das? Das ist cool, da kommen wir ganz schnell nach unten. Nur ich soll das vielleicht mit Zäunen und so ein bisschen besser bauen. Äh, ich komm hier nicht mehr raus. Äh. Hä? Ja. Ist ganz cool, ne? Ja. Ja. Boah, keine Ahnung wie ich mit dem Monster von weitermachen soll, äh. Aber hier, das passt eigentlich und dann kann man da langlaufen und dann ist hier eigentlich diese fette Kuppel. Genau, da muss ich noch die fette Kuppel aussehen. Da muss ich jetzt richtig viel Holz sammeln, Alter. Das wird Spaß machen, ja. Ja, und weißt du, wenn wir mal Erde hätten, dann könnten wir... Oh, oh, oh! Ah! Alles gut. Hallo. What the fuck? Juni. Oh, hier ist alles super. Alter. Alles super dufte. Oh. Ich schick dir die Aufnahme, dann kannst du dir mal anschauen bei 5 Minuten 30. Ich hab da dann, Alter. Oh Gott, das war richtig lustig. Da hab ich ganz doll gekichert. Hihihi. Da hat man ja grad gehört. Hihihi. Oh ja. Da kann ich gleich mal Wasser holen von einer unendlichen Wasserquille. Ja! Die Socke funktioniert! Wuh! Ich bin der König der Welt. Ich mach mal irgendwas, was funktioniert. Wow! Schibidu, schibidu, badabababu. Nice. Wir könnten theoretisch auch einen Trichter da drauf bauen. Oder? Ähm. Auf den One-Block? Wenn wir da einen Trichter drauf haben, dann müssen wir die Sachen einfach nur aus dem Trichter rausnehmen. Ich mach mal einen Trichter. Haben wir genug Eisen? Äh. Ich glaub nur 6 oder so. Oder 9. Ah, 9 haben wir. Das sollte reichen. Also wenn es dich nicht stört, dann mach ich daraus mal was ganz geiles, okay? Sofern das klappt, wie ich es mir vorstelle, dass es klappt. Wenn nicht, naja, haben wir ja irgendwann das Problem. Okay. Fuck! Das ist ja nicht schälen. Versicht. So. Wenn wir das jetzt abbauen, dann fällt die Scheiße runter. Ja, perfekt. Genau so wollte ich das nicht machen. Hast du natürlich eine Spitzsacke? Wenn ja, dann bauen wir den Trichter ab. Danke. Ja gut, dann werde ich das für irgendwas anderes verwenden. Ah, ich hab eine Idee für was ich verwende. Ja. Kannst du mir bitte wiedergeben. Danke. Okay. Okay, schade, dass es nicht geklappt hat. Aber, ist nicht so schlimm. Oh, ist eine Verschwendung, Alter. Ja, Verschwendung schon. Fisch! Fisch! Okay, okay. Äh, äh, Wassereimer. Okay, ich bin da. Geh weg. Nein! Komm her! Hab ihn! Ein Lachseimer. Ja. Ja, Mann. Jawoll. Jetzt haben wir nur noch einen Wassereimer, wo noch kein Fisch drin ist. Geil. Wir könnten theoretisch aus dem restlichen Eis nochmal... einmal machen. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Ja, wo du meinst nicht? Ja. Ja. Wir brauchen halt... Wovor Rüstung? Na ja, Rüstung brauchen wir eigentlich nicht, ne? Ja. Nee, nee. Nee, gar nicht. Aha, meinst du das mit an voll dir aus? Genau. Ja, weil wir brauchen also, komm. So viele Gegner kommen da jetzt auch nicht. Und die Monster Party können theoretisch einfach überleben, indem wir ins Wasser... ins Wasser reinspringen, genau. Ins Haus reinspringen. Also, ich seh jetzt nicht so große Probleme drinnen. Tja. Und meine Monster-Farm, meine Monster-Farm, ich helfe. Unsere Baum-Farm gefällt mir richtig. Ja. Die haben wir echt gut gemeistert. Wir sollten echt mal einfach ein Best-Auf dann zusammenschneiden. Ab der 50. Folge oder so. Ja. Best-Auf von Minecraft MT. Ja. Jaaaa. Jaaaa. Oh ja, das mache ich, Alter. Ein Block Erde. Du machst einen Best-Auf von Minecraft MT Folge 50. Und ich mache Minecraft Best-Auf von Folge 100. Das wär cool, Alter. Ja, genau, Digga. Der Beste auf uns schneiden ist nicht so dein Ding, ne? Ich weiss schon. Ja, darum ist mein Jahresrückblick auch noch nicht da. Ach du Scheiße. Nein, meine auch nicht. Hallo. Au. Au. Okay, bitte hau rein, meine Axt ist kaputt. Meine Axt ist kaputt oder nicht? Wir haben keinen Stein mehr. Oh shit. Gut. Ich hole mit der Faust rein. Ich hätte doch mal ein Schwert oder nicht? Ja, genau. Ah, ich hab ein Schwert. Sind sie tot? Der eine ist runtergesprungen. Ah ja, was mache ich denn? Aber ich weiss nicht, ob er noch lebt. So. Nö, der müsste tot sein, außer er hat sich im Wasser gerettet, was ich ihr nicht glaube. Ja, ne. Der ist hier runtergesprungen. Er hätte trotzdem sein können, dass er sich irgendwie im Wasser gerettet hat. Ja, ja. Das glaube ich nicht. Okay. Au, die kaaah. Wir haben keine Axt mehr und wir haben keinen Stein mehr. Das ist echt kontraproduktiv. Ein Block Stein habe ich. Pff, pff, pff. Oh wow. Und wir müssen aufpassen, dass unsere Spitzdecke nicht kaputt geht. Weil sonst können wir nicht mal einen Stein abbauen. STEIIIINNNNN! Zwei Blöcke. Was? Drei Blöcke? Ja, ich hab gerade einen Stein gefunden. Alter! Sehr rosenblatt! Natur... ...Schale! hier kommen die sachen man bitte es soll stein kommen ich brauche stein oder lava zumindest lava wäre cool obwohl unterwassertempel ja ja digga lava diamante sind auch gekommen jetzt ja aber wir sind halt unterwasser deswegen lava wenn dann in der kiste ja genau vielleicht haben wir noch einen stein ich habe einen stein du hast gesagt du hättest zuvor auch stein jetzt musstest du glaube ich drei haben vier habe ich oh ja bitte gib mir zwei reichen schon bitte 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 ja danke dass du bist also da hast du mir wirklich zwei gegeben nice ja zack oh das ist der eisbett dachte ich schon wieder was ist jetzt das ok ich wollte eine axt machen ich habe eine schwitzhacke gemacht ups ok dein ernst egal was ist das und fisch oh verdammt nein fisch komm her komm her aber der stirbt nicht tropenfische einmal aber den haben wir doch schon ja wir haben schon tropenfisch naja dann kannst du weg tschüss fischi obwohl nein wir können doch essen ってる halt du bist so仁 ne ha gleich mach ich den jetzt einfach hierhin so ok ey das wäre das beste jetzt noch diese Folge ne wenn wir jetzt noch 1 splitter bekommen würden 1 1 oder lava ja lava cool ja ja Alter, ich kann hier richtig durchrüdeln. Ich brauche Splitter. Wir könnten ja, solange das Aquarium nicht steht, da unten nochmal Baumfarm machen. Oder Digi! Wenn du schon ein Ding kommst, komm mal hoch. Warte kurz. Jetzt habe ich eine bescheuerte Idee. Ja, nichts Neues, aber wir lassen ein bisschen was Gutes hören, okay? Okay. Wir haben ja hier sowieso schon eine Baumfarm, oder? Jetzt komm hoch. Okay. Digi. Der beste bescheuerte Scheissidee. Wenn wir jetzt hier nach unten gehen und unter eine unterirdische Baumfarm noch machen. Die müssen aber echt weit runter, weil die Bäume könnten echt hoch wachsen. Also mindestens 10, 20 Blöcke. Und ich weiss nicht, ob das mit der Monsterfarm vielleicht ein bisschen blöd sein könnte. Weil die ja auch mega weit unten ist. Aha. Oder wir gehen nach oben. In den Baum rein. Das wäre cool, ja. In den Baum rein und... Ja, Digi. Das wäre richtig krass. Okay, wir kurz per... Also entweder Wendeltreppe, ja, entweder Wendeltreppe oder halt per Leiter. Das wäre richtig krass. Wie Wendeltreppe? Ja, dass ich jetzt so eine Treppe baue, die sich halt... Na? Aha. Ja? Ja, die sich bedreht. Aber Digi braucht es dafür nicht Redstone. Nö. Aber so eine drehende Treppe. Also... Oh, ups. Ah, so meinst du. Wäre das hier ja auch schon so eine Wendeltreppe, wenn wir das so machen. Das ist auch schon eine Wendeltreppe. Ah ja, stimmt. Ich habe keine Angst ab, oder? Ah, danke. Ah, au. Kannst du mir bitte die Axt geben? Bitte. Echt, ich habe nur die Eisen. Ja, aber du baust doch gerade kein Holz ab, oder? Ja, danke. Und dann wollen wir Müll damit haben. Ja, danke, danke. Tschüss, ja. Ja, danke. Jetzt habe ich dafür keine mehr. Ja, ich hatte auch keine. Aber wie gesagt, solange du kein Holz abbaust, brauchst du die ja nicht. Oder? Ja, und wenn hier Holz kommt? Ja, dann schmeisse ich sie dir wieder zu, weil jetzt habe ich genug Holz. Hier, bitteschön, danke. Aber ich mache vielleicht auf, bevor du stirbst, und dann bin ich die Schuld. Wollen wir ja nicht. Das sowieso. Ja, immer. Stein. Sorry, das kann ich retten. Das brauche ich nicht. Jetzt wäre gut, wenn Big... Ah, nicht Johnny, das ist so einer. Ich komme... Ah, nicht so einer. Ey, du kleine Pinn. Aua. Sorry. Hallo, gut. Aua. Ja, wir spielen Pinkong, Alter. Ja, wenn er mich nur nicht angreifen würde, dann hätte ich nichts dagegen. Oh Gott. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Oh Gott. Ich habe ihn. Oh, danke. Ich hatte nur Angst, aber ich komme in den Visier. Ey, aber die machen so viel Damage. Vielleicht sollten wir das um den One Plug herum nochmal ein bisschen höher bauen. Ja, das mache ich. Mit Zäunen und so. Ja, aber jetzt, wenn solche Viecher kommen. Ja. So. Und so. Äh, du weisst, Zägenholz haben wir dann hinterher auch noch nicht ruhen, ne? Ja. Eben, nur zum Sagen. So. So, jetzt müssten sie zumindest nicht mehr rausspringen können. So, okay. Soll jetzt glaube ich so passen eigentlich. Passt, oder? Ja. Oder noch eins höher? Ne, es passt eigentlich. Ne, sonst können wir immer noch. Ja. Okay. Alles klar. Alles klar. Ich habe einen Stein gesehen. Oh, cool. Oh, ja. Gut, dann würde ich sagen, was ist das für diese Folge von Minecraft MT? Nächste Folge kommt bei Domi. Letzte Folge kam bei Domi. Ja. Schaut in die Playlist. Schaut alle Folgen an. Liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Natürlich, immer. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Minecraft MT. Bis dahin. Haut rein. Ciao. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge.